So, wo bist du? Ich bin jetzt in der Schweiz, nicht auf uns zu sitzen und zu uns gehen. Ich gehe in die Strompumpel, und wir sind schlaue Frauen. Ich habe mir ein mega Umweg gemacht, dass ich auf Pulverfass und rumfasse bin. Ich fahre nicht hin. Aber es war schön, dass ich mich in der Schweiz Das ist schön im Wald. Jetzt wissen wir, was der Soledurnes Waldwandberg ist. Es hat ja nichts mit Soledurnes selber zu tun, sondern mit dem Kanton Soledurn. Und da hinten, da hinten, auf der rechten Seite, fährt die Altenbahn. Da bin ich schon hunderttausendmal durchgefahren, auf die Einfahrung. Da habe ich mir hier überlegt und gedacht, wie wäre es echt alt, wenn wir hier hinfahren mit dem Raustruf. Jetzt weiss ich, es ist schön. Vielleicht heisst, aber schön. Also, und wieder geht's. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung! Postet er!